Ein Moin aus dem Norden würde Bad Luigi sagen, aber ich begrüße euch einfach zu einem Mittwochsvideo. Ich bin der Callcenter-Crasher. Wellwest soll frei übersetzt wohl bedeuten, gut investiert. Der Betrüger hätte vielleicht auch besser investieren sollen, und zwar in einen Sprachkurs für die deutsche Sprache. Vielleicht wäre er dann ja erfolgreicher. Nach dem Intro könnt ihr seine Sprachkunsten lauschen. Viel Spaß dabei. Los geht's! Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ludger Lohsmann, ja? Am Apparatist. Ja, richtig. Boris Hoffmann hier. Ich grüße Sie, Herr Ludger. Herr Lohsmann, bitte. Bitte? Herr Lohsmann, wir kennen uns ja nicht. Nee, Lohsmann, Herr Lohsmann, ja. Ja. Herr Lohsmann, Entschuldigung, ja. So, ich melde mich von Wellwest bezüglich diesem Investitionsprogramm, die Sie bei unserer Online-Handelsplattform vorgenommen haben. Von welcher Firma rufen Sie an? Von Wellwest. Wellwest ist schon eine Handelsplattform, wo Sie online können investieren und Profite schaffen. Also, ich bin hier weiter mit den Schritten zu helfen, damit Sie Ihrem Konto aktiv machen und Profite gewinnen. Darf ich die Frage, Herr Lohsmann, Erfahrung mit Online-Investitionen haben Sie schon? Ja, schon, aber welches? Also, das sagt mir jetzt irgendwie gar nichts, Ihre Firmenname. Ja, Sie haben schon eine Werbungseite auf Ihrem Handy oder PC gesehen. Wie kann man durch Online-Handel gute Profite machen? Ja, gut, aber Sie haben die Daten hinterlassen bei uns. Bei Ihnen? Ja, bei uns. Sie haben schon Ihren Namen, Vornamen, Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Ja, dann... Das bedeutet, Sie haben schon Interesse gezeigt, ja? Ja, das bedeutet, dass Sie mir jetzt erstmal sagen, welches Ihre Webseite ist, damit ich da nochmal nachsehen kann. Die Webseite ist Wellwest, die Firma heißt. Ja, können Sie das mal bitte buchstabieren? Äh, B wie Wolfgang? Ja. E wie Emil? Ja. L wie Lust? Ja. Nochmal L wie Lust? Ja. Äh, B wie... Violett oder... Volumen? Was? Und... Wow, wow. Vivanesa. Wow, die Wow wie Vanessa. Oder Victor? Ach, das ist ein V und nicht ein W. V, ja, V, V, genau. V wie... Hm. Und E wie Emil? Ja. Es wie Sigrid? Ja. Und T wie Theodor? Wellwest? Ja, genau, Wellwest. Und die, wie, wie lautet dann, äh, die Webseite, da hat's ja noch eine Endung. Wellwest.de oder... Wellwest.pro. Pro. Wellwest. Wellwest.pro. Bei dieser Seite, Sie haben eine Meldung gemacht. Ja, ich gucke mal, ich gucke mal, Augenblick. So. Wellwest.pro. Wellwest.pro, ja. Nee, sagt mir so gar nichts. Wann soll ich diese Anmeldung gemacht haben? So, die Anmeldung, Sie haben von paar Tage gemacht. Sie haben... Ja, bitte... Ja, wann... Wann denn genau, bitte? Wann genau, bitte? Bitte? Wann genau, bitte? Von einer Woche. Von einer Woche. Ich schau mal, ich hab... So, ich schau mal, ob ich mich da irgendwie... Ja, schauen Sie mal. Ja, ich... Die Anmeldungsjahre haben Sie schon von einer Woche. Ich dokumentiere ja alles mit, wo ich mich anmelde. So, dann suchen wir doch mal. Vor einer... Ja, suchen Sie dann mal. Nee, nee, hab ich... Hab ich nicht. Bei Wellwest.pro hab ich mich nicht angemeldet. Äh, schauen Sie bei Ihrer E-Mail-Adresse oder bei alles, äh, die neuen Nachrichten. Und da Sie... Ja, aber ich sehe doch, dass ich mich da nicht angemeldet habe. Woher haben Sie dann meine Nummer bekommen? Also, ich muss mit dir zu klar sein. Bitte was? Ich hab Ihnen gesagt, ich muss mit dir zu klar sein. Nicht mit dir, wir duzen uns ja nicht. Ja, genau. Ich muss mit Ihnen zu klar sein, weil Sie haben, äh, eine Werbungsseite. Auf Ihrem PC oder Handy. Das ist eine Werbungsseite und das ist eine automatische Daten, wo Sie angemeldet haben. Ja, aber nicht, aber nicht bei Ihrer Firma. Welche Firma dann? Wie kann das sein, dass Ihre Daten sind? Ja, da... Ja, ich habe gesagt, ich habe mich nicht bei Ihrer Firma angemeldet. Eine Werbung, das kann durchaus sein. Aber nicht bei Ihrer Firma. Und Sie sagen ja... Wenn Sie nicht bei Ihrer Spirma gemacht haben. Und hallo, hallo. Wo habe ich Ihre Daten? Hallo, hören Sie mich? Hören Sie mich? Gut. Also, ich sag's nochmal. Ich weiß, Sie verstehen nicht so gut Deutsch. Es kann sein, dass ich mich bei einer Werbung angemeldet habe. Aber ich habe mich nicht bei Ihrer Firma, äh, Wellwest angemeldet. Haben Sie das jetzt verstanden? Ja, und wo habe ich Ihre Daten gefunden? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was bietet Ihre Firma denn jetzt an? Hallo? 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 Hallo, guten Tag, Herr Loßmann. Ja? Los Gott, Boris Hoffmann am Apparat. So, ich grüße Sie, Herr Loßmann. Ich melde mich von Wellwest, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben, auf unserem Handelsplattform. Davon Sie schon umsässig investieren können und natürlich Profite schaffen. Ich wollte Ihnen eine Frage, Herr Loßmann. Erfahrungen mit Online-Investitionen haben Sie schon? Welche? Oder das ist das erste Mal? Wer sind Sie genau, bitte? Ich bin Boris Hoffmann und die Webseite ist Wellwest, wo Sie angemeldet haben, auf unserem Handelsplattform, wo Sie schon investieren können und natürlich Profite schaffen. Äh, Wellwest? Ja, ich bin hier weiter Ihnen mit der... Wellwest, genau. So, ich bin hier weiter Ihnen zu helfen mit den Schritten, damit Sie Ihren Konto aktiv machen und Profite gewinnen. Nee, also bei Wellwest hatte ich mich nicht angemeldet. Bei Wellwest, Sie haben nicht angemeldet, aber ich schaue hier, Ihre persönliche Date ist schon hier Aktivstatus. Ihre Namen, Vorname und Ihre E-Mail-Adresse. Von diesem Grund, ich rufe Sie an weiter. Ja, und... Heute, Sie haben schon Interesse gezeigt auf unserer Handelsplattform. Nee, und ich kenne Ihre Handelsplattform doch gar nicht. Wie soll ich da Interesse gezeigt haben? Ich muss mit der zu klar sein, weil Sie sind bei uns ein neuer Kunde. Ich muss mit der zu klar sein. Mit mir zu klar sein? Ich verstehe leider Ihr Deutsch nicht. Außerdem sind wir nicht per Du. Sie, ich muss mit Ihnen klar sein. Ja, Sie sind bei uns zum ersten Mal und Sie sind ein neuer Kunde. Und ich habe für Sie eine gute Möglichkeit, die mit Ihnen zu teilen. Ja, dann teilen Sie mal mit. Bitte? Dann teilen Sie mal mit. Ja, und... Ich bin hier weiter mit den Schritten zu helfen, damit Sie Ihrem Konto aktiv machen und Geld verdienen. Ja, Sie wollten doch jetzt was mitteilen. Dann teilen Sie mir doch mal mit. Ja, Erfahrung mit Online-Investitionen, haben Sie schon? Nur, nur angelesen. Nur angelesen. Okay, Sie müssen dafür keine Sorge, weil Sie werden auf unserer Plattform immer einen Berater dabei haben, was Sie Schwierigkeiten oder Fragen haben und so weiter. Und nachdem Sie ein Konto bei uns eröffnet haben, empfehle ich Ihnen den Handel einfach mit. Dieses lustige kleine Betrügerlein kann ja nicht mal telefonieren, ohne sich etliche Synapsen zu brechen. Jedes Mal, wenn sein Zwischenspeicher verbraucht war oder er das Skript keine Seite weiterblättern konnte, hat er aufgelegt. Lasst uns doch mal schauen, ob der nächste Betrüger es besser macht. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Stefan. Mein Name ist Thomas Seimann und ich rufe Sie mit meinem Investitionenprojekt. Mein Name ist Thomas Seimann und ich rufe Sie wegen meinem Investitionenprojekt. Sie haben ein kurzes Interesse an einem zusätzlichen Fragen. Nochmal die Frage, wen wollen Sie bitte sprechen? Bitte? Mit wem wollen Sie sprechen? Ich habe schon gehört, Stefan Meier. Ja, Herr Meier, das bin ich, ja. Ja, also mein Name ist Thomas Seimann und ich rufe Sie über ein Investitionenprojekt. Also eigentlich ist jetzt eine sehr gute Möglichkeit, Zusammenarbeit und einfach Geld verdienen. Und ja, okay. Und welches Investitionsobjekt oder Projekt? Bitte? Welches Investitionsprojekt? Smart Limited Group. Das sagt mir gar nichts. Können Sie das mal näher erklären oder hapert es dann Ihren Deutsch-Kettelsen? Also ich erkläre, wie unsere Unternehmen funktionieren und wie können Sie mit uns Geld verdienen. Haben Sie etwas über Bitcoin gehört? Natürlich. Ja, also wir kaufen diese Bitcoin billiger und verkaufen das sofort teurer. Und der Preisunterschied ist eher Gewinn. Also wir arbeiten auch mit anderen Kryptowährungen, in Rohstoffen und Aktien, weil, wissen Sie, der Finanzmarkt ist total anbechenbar. Ja, und wir müssen gucken... Was ist der Finanzmarkt, bitte? Bitte? Was ist der Finanzmarkt? Sie sagten irgendwas? Anbechenbar. Was ist das für ein Wort? Bitte? Ich kenne das Wort nicht. Anbechenbar? Was ist denn das? Also manchmal steigen, aber der andere Tag ist gefallen. Und Sie meinen unberechenbar? Ja, was habe ich gesagt? Weiß ich, es war nicht zu verstehen. Sie sprechen leider sehr schlecht Deutsch. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich habe mit solchen Leuten gesprochen und ich habe das nicht gemerkt. Ja, Sie merken nicht, dass Sie hier mit einem Deutschen sprechen. Okay. Okay, und ja, wo habe ich... Also, und eigentlich ist das ganz alles. Also, und wir benutzen diese Prinzipien, um zu arbeiten. Also, das ist alles. Das war jetzt alles. Und wie heißt jetzt Ihre Firma oder hat Ihre Firma eine Webseite? Ja, natürlich haben wir. Ja, können Sie mir das mal sagen, wie die Webseite da heißt? Also, Smart Limited Group, Sie können das im Internet buchen. Ja, dann buchstabieren Sie mal die Webseite, bitte. S Ja M A R T L I M M Ich kenne keinen Buchstaben, der M heißt. Also, M oder... Ach, M! M! M, ja. M, ja. Also, M, ja. Also, M, weiter. I Ja T Ja E Ja D Ja G G, was heißt G? Wie? Also, Grupp Also, G oder G G Ach, G! Ja, nutzen Sie bitte deutsche Buchstaben. Entschuldigen Sie bitte, ich komme nicht aus Deutschland. Ja, aber Sie rufen... Ja, aber Sie rufen... Ja, aber Sie rufen hier in Deutschland an, da müssen Sie auch Deutsch sprechen. Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, ich arbeite jetzt in Deutschland. Das ist einfach... Ach, mit... Manchmal ist es schwierig, mit deutschen Leuten zu sprechen. Ja, aber in Englisch ist es besser. Ja, aber Sie rufen ja nicht in England an, Sie rufen ja in Deutschland an, und da müssen Sie dann schon Deutsch sprechen. Ja, ja, ja. Ja, natürlich, ja. Also, ja, diese Unternehmen befinden sich jetzt in Deutschland, aber wir haben da auch Abteilungen in Großbritannien. Ja, jetzt... Ja, aber jetzt erst mal Ihre Webseite. Ich bin bei G wie Gustav stehen geblieben. Und? Ja, wie es weitergeht. Also, Smart Limited Group habe ich schon gesagt. Ne, Sie haben Smart Limited G wie Gustav gesagt. Mehr nicht. Entschuldigen Sie bitte, was meinen Sie? Sie haben es nicht fertig buchstabiert, das Wort. Also, G, R, O, O, P. Ja, Smart Limited Group, okay. Und dann, Sie sagen, Sie sind in Deutschland, also .de? Hallo? 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 Hallo, hallo, guten Tag. Tag, wer ist da bitte? Ich spreche gerade mit der Lasse. Samen Stormen, ja? Ja, wer ist denn da bitte? Ich bin Stefan Schmidt, Herr. Und ich rufe Sie von Ihrem an das Konto, wo Sie bei uns geholfen haben. Äh, Sie nur schön sehr. Wer sind Sie bitte? Und von welcher Firma ausrufen Sie an? Ich bin Stefan Schmidt. Herr Schmidt. Herr Schmidt. Ja. 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 Und von welcher Firma rufen Sie an? Von, von AXIA Group, wo Sie eine Konto bei uns geholfen haben, ja? AXIA oder? AXIA Group. Ach so, ja. Ja, ja. Ja. Und ich werde Sie weiterhelfen mit dieser Kontoaktivierung, okay? Ja, dann erklärt Sie mal. Haben Sie jetzt ein bisschen Zeit? Ich habe ein wenig Zeit, ja. Okay. Und, äh, Sie müssen einen Computer dabei haben. Haben Sie schon, oder? Ich habe einen Computer, ja. Haben Sie dabei? Ich habe... Was heißt dabei? Ich habe einen Computer, ja. Okay. Und diese, äh, Anides, haben Sie auf Ihrem, äh, Computer? Anides, das ist eine Remote-Applikation, damit Sie es... Und schon wieder. Hallo? Warum legen Sie auf? Sie haben noch aufgelegt. Ich habe nicht aufgelegt. Nein. Ach so, okay. Okay, Sie sind jetzt auf Ihrem Computer, ja? Nee, ich, ich bin nicht, ich bin nicht auf meinem Computer, ich sitze an meinem Schreibtisch. Soll ich den Computer anmachen? Ja, machen Sie bitte. Ja gut, dann mache ich den jetzt mal an. Okay. So. Er fährt langsam hoch. Oh, er, er will ein Windows-Update fahren. Ja, da müssen wir noch warten, bis das Windows-Update da ist. Aber erzählen Sie mal, was bietet Ihre Firma denn an? Das ist eine Online-Investition und Sie haben selber, selber Interesse gezahlt. Ja, aber ich habe, ich habe Sie doch gefragt, was... Ich habe Sie doch gefragt, was Ihre Firma anbietet. Das können Sie mir in der Zwischenzeit ja mal erklären, während mein Windows hochfährt. Ja, ich kann Ihnen das machen, aber... Ja, dann erklären Sie es doch mal. Ich... Ich... Sie müssen erst mal Ihre Konto schauen und dann ich erkläre Ihnen alles. Ich soll auf... Ich soll zur Bank gehen und auf mein Konto schauen. Warum? Nein, nicht auf der Bank, aber auf dem Computer. Ja, aber... Erklären Sie doch mal, was Ihre Firma anbietet. Können Sie das nicht erklären? Ja, ich kann das. Ja, dann erklären Sie doch mal. Nein. Nicht? Okay. Nur... Öffnen Sie das Computer. Ich soll es aufschrauben? Warum soll ich meinen Computer aufschrauben? Ja. Dann ist doch die Garantie weg. Ja. Nee. Warum soll ich den aufschrauben? Ich habe gerade keinen Schraubenzieher hier. Warum soll ich meinen Computer aufschreiben? Warum büge Sie mich jetzt? Warum soll ich meinen Computer aufschrauben? Das habe ich gefragt. Sie müssen das öffnen. Ja, warum... Warum soll ich meinen Computer öffnen? Mit mir bleiben Sie ruhig. Ja, ich bin völlig ruhig, aber ich verstehe Ihre Sprache nicht. Sie sollen mir einfach erklären, warum ich meinen Computer aufschrauben soll. Weil ich werde Sie weiterhelfen mit dieser Kontoaktivierung. Dazu muss ich einen Computer aufschrauben? Nein. Ja, Sie haben doch gesagt, ich soll meinen Computer öffnen. Ja, Sie müssen Ihren Computer öffnen. Ja, das sage ich doch. Aufschrauben. Aufschrauben. Gehäuse aufschrauben. Ja. Ja, warum soll ich den denn aufschrauben? Warum? Warum? Dann ist doch die Garantie weg. Ich kann Ihnen nur dieses Konto zeigen. Ja, und ist das Konto... Sie... Ist das... Ja, Sie verstehen mich offenbar nicht. Ist das Konto in meinem Computer oder wo ist das Konto? Nein, das ist... Das ist auf meinem Computer. Ja, warum... Ja, warum... Ja, warum... Ja, warum soll ich dann meinen Computer aufschrauben? Und? Lassen Sie mich bitte ausreden. Warum soll ich meinen Computer aufschrauben, wenn das Konto auf Ihrem Computer ist? Aber das ist mit Ihrem Namen. Was schreien Sie mir... Was schreien Sie mir... Hallo, weil bitte nicht so rumschreien, ja? Ich rede ganz normal mit Ihnen. Sie sollen mir doch nur erklären, warum ich meinen Computer aufschrauben muss. Ja, weil ich muss Ihnen das Konto zeigen. Ja, das... Was schreien Sie mich an? Sie sollen mir Ihr Konto auf meinem Computer zeigen. Aber mein... Oder das Konto ist doch nicht in meinem Computer. Warum soll ich meinen Computer dann aufschrauben? Das ist doch für Ihren Computer auch. Aber Sie können das... Sie müssen das öffnen. Haben Sie mich schon... Ich muss... Nee, ja, ich glaube, Sie verstehen mich. Computer aufschrauben... Hören Sie doch mal zu! Also, Computer aufschrauben. Das heißt, den Schraubenzieher schnappen und das Gehäuse des Computers öffnen. Das heißt, Computer öffnen. Meinen Sie etwas anders? Soll ich... Soll ich den Computer hochfahren oder was? Hallo? Moment bitte! Moment! Moment! Sie soll mich nicht so anschreien! Ja, was machen Sie gerade jetzt? Ich höre... Ich warte drauf, was Sie sagen! Moment! Ja, ich warte weiter einen Moment! Wollen Sie Ihre... Ihre Konto zeigen? Ich kann Ihnen eine E-Mail schicken! Ich bin doch auf meinem Computer... Welches Konto meinen Sie denn überhaupt? Gehen Sie bitte auf Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Ja, dann gehe ich doch mal auf meine E-Mail-Adresse. Augenblick... Ich fahre ja jetzt... Jetzt fahre ich den Rechner erstmal hoch. Jetzt sind die Updates fertig. Internet-Verbindung. Haben Sie schon? Das habe ich am Computer, ja. Okay. So, an welche E-Mail haben Sie geschickt? Moment! Moment! Warum... Reden Sie mit mir, wenn Sie dauernd sagen, Moment! Das dauert nicht so viel, aber... Ich habe das schon geschickt. Schauen Sie bei Spam! An welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Äh... Lasse-Sommenstrauern At Mailbox.org Ja, ja, ist aber keine E-Mail da. Schauen Sie bei Spam, bitte. Ja, es ist keine E-Mail da, sagte ich gerade. Schauen Sie bei Spam! Es ist keine E-Mail da! Bleiben Sie ruhig! Ja, warum schreiten Sie mich denn an? So, jetzt ist die E-Mail da! Ja... Wenn ich sage, es ist keine E-Mail da, dann ist keine E-Mail da. Jetzt ist eine da! So, jetzt habe ich einen Link! Und was ist das? Schön! Was steht da? MyAxiaGroup.co Ja, steht da... Sie müssen draufklicken. Ja, ich möchte doch erstmal wissen, was Ihre Firma anbietet. Da steht da ja nicht... Ich bin von AxiaGroup. Ja, das haben Sie mehrfach gesagt. Aber ich möchte nicht auf Ihre Handelsplattform, ich möchte auf Ihre Webseite. Ja, Sie müssen erstmal draufklicken. Ja, und da sehe ich aber keine Webseite. Und dann? Und dann sehe ich immer noch keine Webseite. Kopieren Sie, kopieren Sie diese Link, was ich geschickt habe, und dann geben Sie auf Google Chrome oder was Sie benutzen. Ich brauche nicht auf Google, ich möchte Ihre Webseite sehen. Können Sie mir Ihre Webseite nennen, bitte? Wieso? Ja, weil ich auf Ihre Webseite möchte. Warum soll ich danach googeln? Sie sind doch in der Firma. Sie arbeiten doch da. Können Sie mir Ihre Webseite nicht nennen? Habe ich das geschickt? Nein, was Sie mir geschickt haben, ist ein myaxiagroup.co. Das ist keine Webseite, das ist ein Trainingportal. Doch, das ist so. Nein, das ist nicht so. Und dann schauen Sie. Ja, ich habe es auch geschaut. Das ist ein Trainingportal. Das ist eine Training-Webseite, aber keine Webseite. Wie ist Ihre richtige Webseite? Axia. Und weiter? Ich kann Ihnen das... axiagroup.co Ah, okay, gut, okay, gut, so. Und was bietet Ihre Firma jetzt an? Das habe ich vorhin ja schon mal gefragt, das wollten Sie ja gar nicht beantworten. Sie sind so dumm, so dumm sind Sie. Ach, so redet man bei Ihnen mit Kunden? Wir reden mit vielen Kunden. Ja, aber ich glaube aber nicht erfolgreich, wenn Sie Ihre Kunden dumm nennen. Ja, Sie sind eins von die Kunden. Ja, und ich glaube, Sie sind eins von die Dummen. Du bist der typische... Du bist der Typ, der dumm ist. Sie sind eine kleine Dumme. Ja, und du bist... Aber du bist ein großes Dumme, weil du verstehst meine Sprache gar nicht. Weil ich kann auch Englisch sprechen. Ja, aber... Ja, aber dann red doch mal Deutsch. Du rufst ja in Deutschland an und nicht in England. Können Sie auch Englisch sprechen? Nein, natürlich nicht, weil ich wohne in Deutschland und nicht in England. Ich weiß, wo Sie wohnen. Ja, also, dann rede Deutsch mit mir. Ja, aber... Wir haben jetzt 10 Minuten gesprochen. Ja, aber weil du einfach nichts verstehst. Deswegen müssen wir so lange warten. Weil du einfach schlecht verstehst. Ich verstehe. Ne, du verstehst kein Deutsch. Doch, doch. Wie war dein Name doch? Stefan. Stefan, ein deutscher Name. Und du sprichst... Ja, wie war dein Nachname denn? Schmidt. Ja, Schmidt, ein deutscher Name. Du sprichst kein Deutsch, hast aber einen deutschen Namen. Wo kommt der Name denn sowieso... Woher kommt der Name denn her? Von Schweden. Von Schweden. Von Schweden. Okay. Sprichst du Schwedisch? Nein. Ach... Und wo... Was ist denn deine Muttersprache? Englisch. Englisch. Du bist kein... Du bist kein Engländer. Doch, doch. Bin ich. Ja? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, of course. I think you're an Englishman. Of course not. Yes. Of course not. Yes. Yes, of course. You are not a native speaker Englishman. Sie sind dumm, dumm, dumm. Ja, wer von... Wer von uns beiden ist denn hier der Dumme? Derjenige... 10 Jahre alt, 10 Jahre alt. Wer... Wie alt bist du denn, kleiner dummer Betrüger? Ist mir 40. Ja, das glaub ich nicht. Du bist nicht mal Anfang 20. Papi, ist da wieder so ein Betrüger am Telefon? Ja, mein Sohn, das ist wieder so ein dummer Betrüger, der mich zum Lachen bringt. Der hat ja mal gar keine Ahnung. Ja, vom Englisch hat... Ja, ja. Du, du bist eine ehrliche Firma, ne? Du kannst meinen Sohn nicht Hurensohn nennen. Haha, ich... Ich lach nicht aus. Wir waren doch bei seiner Frau gestern. Ja, genau. Ja, die Frau, die ist ja dumm. Die ist ja genauso dumm wie er. Was los, kleiner Betrüger? Hast du nichts mehr zu bieten? Hast du noch andere Worte? Hast du noch andere Worte? Komm, gib's mir doch mal so richtig. Hahaha. Komm, beschimpf mich doch mal so richtig. Komm, gib dir mal Mühe. Mehr Worte kannst du nicht, ne? Los, komm, gib dir mal Mühe, kleiner Eselficker. Was los? Och, jetzt schweigste. Ist schon vorbei. Mehr kannst du nicht? Löst, löst meinen Warnstiger. Ja, der ist so klein, den kann ich ja gar nicht lutschen. Den müsste mein Sohn ja lutschen, weil der einen kleinen Mund hat. Ach so. Ist er raus. Hahaha. Cool, cool, cool. Am Ende des Anrufes konntet ihr Bad Luigi hören, der mich wie so häufig bei Anrufen im Hintergrund unterstützt. Das machen wir Mitglieder unserer Gruppe sehr oft so, auch wenn der Zuhörer das nicht mitbekommt. In jedem Fall entlarven sich die Betrüger selbst, wenn das Opfer nicht so mitspielt, wie es in deren Skript steht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal und lasst ein Like da. So könnt auch ihr mithelfen, dass Cam-Baiting immer bekannter wird und immer mehr Menschen über die Machenschaften der Betrüger aufgeklärt werden. Habt vielen Dank, bis zum nächsten Video, verabschiedet sich, euer Callcenter-Crusher. Tschüss.